Ab geht er. Mario Maker. Mal gucken, was hier heute so geht. Bei dem makabersten aller Makasern. Nennt man Mario Maker doch, oder? Ich glaub schon. Ich hab den Game Sound mal ein bisschen lauter gemacht, weil der kam mir die letzten Streams immer etwas leise vor. Mal gucken. Läuft. Emoji Movie 2. Ich bin auch dafür. Kann man sich da wohl bewerben? Kann man doch zumindest mal versuchen. Dann können wir sagen, hallo, guck mal, meine Emojis sind ganz, ganz toll. Und dann sagen die, ach guck mal, ey, die sind aber hübsch. Und dann sagen die, ja Gott, da gehören jetzt aber auch in den Film. Ja. Und dann läuft er. Dann sind wir alle glücklich und zufrieden. Vielleicht. Ist das alles, was in diesem Level passiert? Habe ich schon verloren? Die Verzögerung? Keine Ahnung. Also geändert habe ich nichts. Aber ich sag mal so, ich höre es lieber, dass sie... Ich höre es lieber, dass sie extrem gering ist, als dass irgendwas komisch und kaputt ist. Also geändert habe ich nichts. Möglich, dass Twitch irgendwas geändert hat. Die hatten ja jetzt die TwitchCon Europe und da haben sie auch einige tolle Sachen bekannt gegeben und so. Möglich. Keine Ahnung. Also nichts wissentlich. Würdest du ganz haben? Was hält dich ja? Gesehen natürlich von dem... Von der Qualität des Contents. Na und Martin. Kekse gibt es immer. Grundsätzlich. Ich weiß noch früher, wann... Früher, als wir Breath of the Wild gespielt haben, war der Streamtitel immer Breath of the Wild mit Keksen und Kakao. Das war toll. Damals, als mich noch Leute gemocht haben. Es war schön. Habe ich mir sagen lassen. 100 Leben. Hör mal. Und das, obwohl ich schon einmal gestorben bin. Das ist ja magisch. Hashtag KruzGG. Yes. Danke euch. Ich dachte mir, es wäre... Ich bin relativ stolz auf diesen Emote, weil ich den so in der Form noch nie irgendwo gesehen habe. Es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig. Irgendein Emote zu finden, den du noch nicht irgendwo in dieser Form gesehen hast. Ich habe mich bemüht, das zu tun für alles, was wir haben. Also, ich hoffe, es ist halbwegs gelungen. Es war eine schwere Geburt. Fuck. Keine Ahnung. Ich meine, ich kenne ja nun mal auch nicht jeden Emote auf diesem Planeten, logischerweise. Irgendwer hat den sicherlich auch in der Form irgendwie. Irgendwo. Aber was muss ich tun? Gutes Level. Na, Maike, grüß dich. Lange nicht gesehen. Wie ist die Lage? Ähm, dankeschön, ihr Schlüttchen. Es ist schwierig. Ich habe die ganze Zeit überlegt und dann habe ich welche im Kopf gehabt, die dann aber so ähnlich waren wie irgendwas, was ich woanders schon mal gesehen habe. Dann habe ich es wieder abgebrochen und solche Sachen. Aber ich glaube, die Idee für den fünften Emoji, die wird auch lustig, glaube ich. Ich glaube, da werden sich einige sogar sehr drüber freuen. Vielleicht sogar noch mehr als über die, die wir bisher haben. Aber das wäre... Shit. Das werden wir dann sehen, wenn es so weit ist. Kann ich einfach da geradeaus durchspringen? Doch, ich glaube schon. Äh, Eier nicht, nein. Aber vielleicht... Nee, nee, ich sage nichts. Nee, nein, nein, ich sage nichts. Keine Spoiler. Ich glaube, das, was ich jetzt sagen wollte, das hätte, glaube ich, den kompletten Emote vorweggenommen. Also nein, das werden wir nicht. Hier wird eine Überraschung bleiben. Wir sind brave kleine Pandaseln. Ich glaube, die Leute sind jetzt bestimmt sehr enttäuscht, weil ich ja den Oster-E-Mote von... Ach, nicht die Jampu-Tante. Ah, danke. Die Jampu-Tante ist wieder weg. Das hat nicht so lange gehalten. Äh, was wollte ich da sagen? Was habe ich jetzt zum... Ich habe komplett vergessen, was ich gerade gesagt habe. Mal kurz, willst du etwa alt? Ja. Oh, ich... Was dagegen? Ich altere in Würde. Sagt der und ließ sich lüften. Ich hoffe, dass ich die roten Münzen nicht brauche, weil ich habe schon lange keine gesehen. Moment. Das riecht hier nach. Hm? Ja, der Oster-E-Mote. Da ist einige Leute, die sicherlich sehr enttäuscht sind, weil ich den Oster-E-Mote nicht übernommen habe. Aber... Ich fand ihn dann doch etwas lahm. Bin ich ehrlich sein. Das darf ich ja sagen. Ich habe ihn ja selbst gemacht. Was klatscht du denn, ne? Auch nicht geklatscht. Ja. Hier ist er. Na klar. Gewonnen. Alzheimer-Dings. Immer. Es ist jetzt nicht ernsthaft ein P-Switch-Jump, oder? Das ist deutlich weniger kompliziert, als ich es eigentlich erwartet habe. Das geht bestimmt gleich an und schmeißt mich in ein Loch. Das ist das, was ich... Ne. Gutes Level. Top. Läuft. Klatsch in der Hände. Frau Klatsch Nummer 1. In der Tat. Danke euch. Wunderschön. Das war doch mal ein Level nach Maß, oder? Ein Level nach Maß. Was ist das denn? Was ist das denn für ein Link? Hör mal. Hör mal. Ray haut einen raus. Ray haut einen raus. Was war das? Welche Erotik-Filme hast du jetzt verlinkt? Ah, ich hab mich drauf aufgepasst. Ich hab mich nicht aufgepasst. Das war grausam. Was passiert, wenn ich da jetzt noch aufklicke? Möchte ich das? Ach, da wird kurz GG verlinkt. Wieso das denn? Was ist das denn? Ja, geile Scheiße. Tschüss. Level Ende. Das ist das, was ich jetzt vermute und erwarte. Was war hier? Ach so. Ah, nee. Das wird grausam. Wie hast du das gemacht, Ray? Ich hab keine Ahnung. Ich wusste nicht mehr mehr, dass es dafür offiziell... Ich meine, dass die irgendwo Links haben müssten, weil es ja Dateien sind, die auf irgendeinem Server oder was gespeichert sind, war ja klar. Aber ich habe keine Ahnung, wie du das getan hast. Ich bin, ich bin beeindruckt. Schwer beeindruckt. Ray? Genau, Ray. Das wusste Ray. Ray wusste die komplette URL, wusste er auswendig. Das war sehr, sehr dumm von mir. Ich hatte es sogar gerettet. Ja, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Das ist das, was ich auch meist denke, wenn ich dieses Spiel spiele. Aber das sind nur die Gerüchte. Das sind nur die Gerüchte, die umgehen. Den Arschlöchern auseinandersetzen? Nee, oder? Nee. Nee, nee. Nee, werden wir nicht tun. Shit. Einen wir uns einfach auf Zauberkräfte. Eine logische Erklärung, die brauchen wir nicht. Wir brauchen uns. Wir haben Zauber... Fuck. Wir haben Zauberkräfte. Ich habe jetzt übrigens... Macht. Also nicht auf dem Klo, sondern... Kenji, grüß dich. Hi. Also Kenji habe ich auch nicht gemacht, aber... Aber trotzdem, hallo. Ich habe jetzt ein Layout gemacht für... Hast du diesen Sprung jetzt schon? Für Speedruns, Alter. Wir haben jetzt offiziell einen Split... Eine Side-Split-Dingsbums in unserem Layout, wenn ich es denn möchte. Allerdings nur für 4 zu 3-Spieler. Also in Mario Maker könnte ich das... Kein... Kenji ist mein Sohn, ja stimmt. Samu ist ja im Moment nicht so oft da. Ich brauche den Ersatzsohn. Das ist so. Kenji ist dafür jetzt auserkoren. Und... Ich weiß nicht, was Kenji davon hält, aber... Ja, so ist es jetzt halt. Hi. Willkommen im Stream, Sohn. Ich frage mich... Ich muss wahrscheinlich so ein bisschen weiter noch rüber. Findest du super? Ja, gut. Guck, da haben wir doch beide gewonnen. Da ist es doch eine Win-Win-Situation. Klug. Moment, kriege ich hier einen Power-Up? Ne, schade. Versuch war es wert. Die Frage ist, möchte ich das wirklich tun hier? Möchte ich mir das wirklich antun? Ernsthaft? Ich denke, die Antwort kennen wir alle. Noch weiter rüber, oder was? Ich weiß, dass das irgendwie geht. Oder glaube zumindest, dass das irgendwie geht. Ich frage jetzt nur, wie oft versuche ich den Scheiß jetzt noch, bis ich sage, du kannst mich mal kreunzen. Weißt du? Kurzzeitkind. Und das in seinem Alter. Das ist ja eine Risikoschwangerschaft. Gina, grüß dich. Hi. Fuck. Wie ist es im Hause der besten Emotes der Welt? Gina. Fuck. Aber hier ist irgendwo ein Power-Up versteckt. Nein, nein, das wäre wahrscheinlich... Ha. Checkpoint. Checkpoint oder Feierabend. Das will ich nicht nochmal machen. Das sage ich wohl direkt dazu. Lass mich diesen Sprung, diesen Kack. Muss ich mich jetzt irgendwie beeilen, oder so? Muss ich jetzt schnell reagieren, oder so? Ja, ne? Ja, toll, das hat nicht das gemacht, was er machen sollte. Klasse. Super. Hervorragend. Du Arschloch. Moment. Kann ich da doch irgendwie retten? Kriege ich den da hoch? Hihi. Ne. Stimmt, ich hätte ich jetzt so machen können? Nein. Ah, ja, okay. Mist. Egal. Beim nächsten Mal. Zumindest habe ich eine Idee. Das ist ja immer schon mal ein Anweis. Muss ich den Scheiß wieder machen? Ich will das nicht. Ich will das nicht. Ah. Okay. Okay. Mhm. So. Warum hat man das vorhin nicht gemacht? Habe ich irgendwas anders gemacht? Wahnsinn. Ja, danke schön auch. Danke schön. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe wirklich, dass die Dame bis Mitte Mai dann noch ihre Commissions wieder open. Open it. Ich muss einfach rennen, oder? Muss ich rennen? Ich renne einfach mal. Beim nächsten Mal renne ich einfach mal. Ist mir egal. Mir geht's gut. Danke. Ich hoffe, die auch. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es ein Troll ist, aber... ist das nicht mehr so gut. Ich bin mal klar. 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 Wie solltet ihr einen französischen Namen als Holländer oder was ist ein Luxemburger? Dann geht's ja noch. Sprechen die da französisch bestimmt, oder? Die feinen Damen und Herren. Side von Refucking Becker. Mit wunderschönen Lidschatten. Ja, ich weiß, was Lidschatten ist. Hallo? Ich bin unkultiviert oder so? Uncool auch, ja. Uncool und unkultiviert. Verstehst du mit OO? Fuck. Ernsthaft? Blind, Alter. Ernsthaft? Lidschatten ist, wenn... Lidschatten ist... Sorry. Das war der letzte Sprung, ne? Lidschatten ist, wenn man... Die Cool Kids sagen ja, wenn irgendwas cool ist, zum Beispiel, dann ist das ja Lid. Und wenn irgendwas so cool ist, dass es die komplette Nachbarschaft verdunkelt, dann ist das Lidschatten. Für die Leute, die es noch nicht wussten. Aber ich kläre ja gerne auf. Mein Bildungsauftrag ist ja mein zweiter Vorname. Dafür bin ich ja da. Falke ist stolz auf dich, Gina. Hab vorhin gesehen, dass Falke war vorhin im... Ach, ne, Falke ist nicht da. In deinem Kopf ist noch Samstag. Wir sind in unseren Köpfen nicht immer Wochenende. Wie sich das gehört. Warum würde man das tun? Coole Sachen sagen coole Leute, weil sie cool sind. Das ist korrekt. Hast du diesen Sprung? Ich mag ihn nicht sehr. Das ist wieder so ein Level, wo ich irgendwie davon ausgehe, aus irgendeinem Grund, dass irgendwo ist hier bestimmt ein Stern versteckt oder so. Das hat die noch im Leben nicht selbst gespielt. Moment. Die wird hier schon reichen. Gibt es irgendwie... Hab ich... Und was soll der ganze Scheiß hier? So viele Fragen. Ich soll nicht ausgehen, ja doch klar. Fuck! In meinem Alter ist das alles gar nicht mehr... Weißt du, in meinem Alter, da sind die Batterien halt schon etwas leerer, hab ich mir so sagen lassen. So leerer wie der Typ an der Schule. Weil man in meinem Alter schon so viel weiß, dass selbst die Batterien leeren. Ja, das ist so ein bisschen philosophisch im Fortschirm unterwegs, oder? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich ist mir das selbst ein bisschen zu tief. Oho! Ich liebe es. Robin, tu mir bitte einen Gefallen und hör auf, mir permanent zu sagen, wann ich zu skippen habe und wann nicht. Das weiß ich schon selbst am besten. Keine Sorge. Kurz der Philosoph, ja, das ist richtig. 48% Akku. Das reicht. Heute Abend reicht das, weißt du, in meinem Alter. Was ist mit McDonalds-Werbung? Hab ich lange nicht gesehen. Ich gucke so wenig Fernsehen im Moment, dass ich die ganzen coolen Titan-Neuen-Werbespots überhaupt nicht kenne. Abgesehen von denen, die bei Fußballspielen laufen. Und das ist leider meistens Parship oder zu 99% Wettanbieter. Ach, wegen ich liebe es. Ja, das stimmt. Ich bin das, Stefan. Das ist auch korrekt. Ich dachte, für eine Sekunde da unten drunter könnte ja noch was sein, was mich umbringt. Aber ist egal. So, erzähl mir mal was von Skippen. Freundchen. Danke euch. Läuft doch. Guck, wie professionell wir sind. Mit unserem, mit unserer Schattenfahne. Ich weiß gar nicht, ob ich das durfte. Die habe ich noch abgeändert, nachdem ich die Commission bekommen habe. Ich glaube, ich darf das eigentlich gar nicht. Aber das müssen wir ja keinem verraten. Ich hätte es auch im Stream eigentlich nicht ansprechen müssen. Das hätte eh keiner gewusst, aber... Na gut. Ich meine, mich selbst in... Nope. Mich selbst in Teufelsküche zu reden, da bin ich ja gut drin. Da ist man prominell, das stimmt, ja. Ich meine, dieser Robin aber auch. Also ehrlich. Gutes Lift. Fucking Sam. Ich kenne nur Sam Woltari, den kenne ich mal. Was machst du da? Ja, du. Ach, du hast ein Brötchen. Das hört sich so an, als du jetzt das Haus verlassen. Vorhin hat sich ein Brötchen gemacht. Ich dachte gerade... Äh, wie so die Hänschen klein. Packst du ihre sieben Sachen an einem Stock, so einen Sack und hau einfach ab. Was sind das denn für die... Ach, die Twitch-Things-Emotes. Ja, ja, Twitch-Things ist jetzt tatsächlich, äh... Offen für alle. Also... So leid mir das für euch alle tut, vor allem Fabrizio. Also, Maike, du kannst gerne Grüße ausrichten. So leid mir das tut. Ich habe leider keine Ausrede mehr, keinen Karaoke-Stream zu machen. Tja. Wir haben verloren. Tut mir leid. Ich habe lange gekämpft, aber... Ist leider Gottes soweit. Ja, 24 Stunden aber. Aber danach klinge ich dann aber so wie vor zwei Wochen, ey. Leider auf. Bloß nicht. Da hättet ihr mal hören müssen. Ohne Scheiß. Ich ärgere mich mittlerweile fast schon, dass ich davon kein Video aufgenommen habe, wie meine Stimme da klang. Zum Schießen. Gehe ich davon aus, dass das ein Pilz ist, oder...? Easy. M. Philosophie. M. Das Streben nach Erkenntnis über den Sinn des Lebens. Das Wesen der Welt und die Stellung des Menschen in der Welt. Alter, ich bin hier falsch. Alter, ich bin hier falsch. Easy. Ach komm, so ein bisschen... So ein bisschen finstert doch auch gut, wenn wir über so weit reden, oder? So ein kleines bisschen. Danke dir. Aber zu muss er gequält werden, ja sicher. Dafür bin ich dann da. Das ist meine Rolle in Fabrizios Leben. Ab und zu mal quälen. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. So, geht doch. Alles gut. Läuft doch. Cheers. Dankeschön. Guck mal. Waddon, waddon. Also das war gar nicht mal so ein beschissenes Level, aber es war eigentlich auch nichts Besonderes. Nüchtern betrachtet war es jetzt auch nicht sonderlich gut. Es war auch nicht sonderlich schlecht. Aber, ja. Danke euch. Was ist so cool, denn eigene Emotes zu haben. Ohne Scheiße. Das ist eine der Sachen. Von Anfang an, die ich auf Twitch haben wollte. Jetzt habe ich eigene Emotes. Das ist so cool. Ich liebe es. Ja, ich nehme dir deine Arbeit gerne ab, Michael. Das ist kein Problem. Dafür bin ich doch da. Hä? War irgendwo ein Schluss? Wieso schon? Weißt du, bei solchen Leveln schreit kein Robin auf einmal. Skip. Für das Wario-Einko. Meinst du das, was du jetzt hast oder das Logo von mir? Das, was du jetzt hast, sind neun Monate. Das ist gut. Aber das ist Qualität, hör mal. Also hier sind, das sieht man gerade nicht. Das sind nicht nur zwei Türen wie so. Das sind insgesamt eins, zwei. Also hinter der Facecam sind auch noch fünf. Also wir haben sieben Türen. Ich gehe mal in die eine rein. Nein! Du Schwein. Oh, du dummes, rülpsendes. Ja, eine Wii U. So siehst du. Du Honk. Wie heißt das Level? Flashback? Ach nee, Fun-Joke-Prank. Just a prank, Bro. Ich hoffe, dass ich dran denke, das Video so zu nennen. Was ich sehr wahrscheinlich nicht tun werde. Aber das macht gar nichts. Darf ich das? Ist das möglich? Prank, Bro. Prank. Prank. Prank, Bro. Prank. Beschreiben Sie Mario Maker in einem Level Danke euch Ja, weil, also Twitch Things machen wir sicherlich Irgendwann mal, wann, weiß ich halt nicht, mal gucken Ach, sowas muss ich Lust haben Also, ich muss, ich muss Ich weiß nicht, keine Ahnung, ich kann jetzt nicht sagen, ich habe jetzt nächste Woche Weiß ich nicht, nächste Woche Mittwoch Lust darauf Ach, sowas muss ich Bock haben Und das machen wir schon noch Aber In Bild, hoffe ich Wo sich hoch oder runter Also hoch Irgendwie, also das riecht jetzt dann aber schon nach Skippen Das Gute ist übrigens auch Jedes Mal, wenn Wenn ich mal zwei Level am Stück skippe, dann kommt übrigens Ausgerechnet Robin an und sagt Aber kurz, wolltest du nicht weniger Skippen? Ich habe dich durchschaut, du Schlingel Das war nur ein Hashtag 2 Robin ist einfach gar nichts mehr Nie wieder Ich heiße ein Wäschekorb Brenk Brenk klingt für mich wie ein schlechtes Indie-Spiel Die neue Indie-Situation Brenk Erleben Sie die lebensechte Simulation eines obdachlosen Ninja-Papierschredders Auf seiner Suche nach der Liebe seines Lebens Einer Papierschwalbe Demnächst auch auf ihrer Switch Natürlich mit 8-Bit-Grafik Ist doch vollkommen klar Lebensechte Simulationen müssen immer 8-Bit-Grafik haben Hast du dieses Level? Eine Wäsche Brenk Eigentlich klingt das eher wie irgendwas aus dem Ruhrgebiet Brenk Pack mal die Wäsche in Brenk Das klingt ja nicht nach so etwas Elegantem wie von einem Hessen gesprochen Pack mal deinen Schlüpper in Brenk Das ist so die Ruhrpotte hoch 10 eigentlich Warum habe ich das vorhin eigentlich hinbekommen und danach nie wieder? Können wir das mal irgendwie erklären? Wo sind wir? In dem Kaiser-O-Level? Hör doch auf Dark Lord Brink Sollst du den Bösewicht Sollst du den Bösewicht von neuen Star Wars Films spoilern, Mensch? Weiß ist dumm Danke Die Koopa war noch gerade nicht da Ach, das geht auch mit Pilzen, das passt schon Krieg ich schon hin Im Schweißen meines Angesichts Das ist dumm Warte mal, ich kann die doch einfach auch hier verli- Ja Ich kann die doch da einfach verlieren Gut, gut, die seid das Level Mr. Komischer Mund Aber wir können es ja mal versuchen Nein Bei der Pissstrahl aus Pilzen 140p fürs Peeling Ich kenne nur 144p auf YouTube Das ist schlimm genug für mich Da muss ich immer weinen Werbe verkackt Kann ich die respawn? Wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich gehe jetzt hier hin Ganz wahr Kann ich die respawn, oder? Robin Schweigen, aber doch nicht Hallo, ich bin Hans Ich bin dafür, dass dieses Level niemals geskippt wird Begrutslofe Krieg ich hin Robin, Alter, danke dir Wissen mal Hans ist der Mann mit der Stimme für die Stimmlosen Kriegen wir hin Ja guck, da ist ein neues Mikrofon, Robin Du darfst wieder sprechen Danke dir Haha 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 Haha